Was ist der Studium für den Nationalsozialisten? Himmler gehört zu den relativ wenigen Nationalsozialisten, die ein Studium absolviert hatten. Er hatte ein Diplom in Agrarwissenschaften, war also durchaus gebildet. Er hatte sich in München an der Universität, die als Sammelbecken für rechtsextreme Studenten galt, hatte er sich in verschiedenen paramilitärischen Verbänden engagiert und war auf diese Art und Weise in Bekanntschaft mit Röhm gekommen. Er hat Hitler erst später kennengelernt, wahrscheinlich erst nach dem misslungenen Putsch von 1923. Jetzt hat er ihn näher kennengelernt und er hat durchaus auch, als er sein Buch Mein Kampf gelesen hat, durchaus etwas distanziert reagiert. Er hat innerhalb der Partei eher eine langsame und mühselige Karriere gemacht. Er war der Assistent, könnte man es nennen, von Gregor Strasser, einem der führenden Nationalsozialisten. Als der dann Reichspropaganda-Leiter der Partei wurde, ging Himmler mit ihm nach München, war dort wieder sein Assistent und aus der Korrespondenz aus dieser Zeit, die wir ja kennen, kann man sehen, dass er im Grunde genommen in der Partei eben als ein kleiner Bürokrat galt und nicht an keinen sehr hohen Status hatte. Erst als Himmler 1929 gleichzeitig stellvertretender Leiter der SS wurde und die SS war praktisch eine Personenschutzorganisation der Nationalsozialisten, Bodyguards könnte man sie nennen. Erst dadurch hat er dann die Grundlage für seine weitere Karriere gelegt. Er wurde dann Reichsführer SS und die Organisation wuchs sehr schnell unter seiner Leitung. Man kann in jedem Fall sagen, dass es ihm gelungen ist, in der Zweiten Kriegshälfte sämtliche Machtmittel dieses Staates in seiner Person zu vereinigen und insofern könnte man argumentieren, dass er in der Tat der zweitwichtigste Mann in dem System nach Hitler gewesen ist am Schluss des Krieges. Ja, ursprünglich war die SS eine kleine Organisation, die dazu da war, führende Parteigenossen zu schützen, im Grunde genommen Bodyguards. Sie hatte etwa 280 Mitglieder, als Himmler die Organisation übernahm und er hat sie dann sehr schnell ausgebaut zu einer großen paramilitärischen Organisation, der zweiten paramilitärischen Organisation der Nazis neben der SA. Und er hat dann nach 1933 wichtige staatliche Funktionen übernommen. Zunächst die politische Polizei in Bayern, dann die gesamte politische Polizei in ganz Deutschland und schließlich die gesamte Polizei im Reichsgebiet. Es kamen dann weitere wichtige Aufträge hinzu, so zum Beispiel, ganz wichtig, während des zu Beginn des Krieges eine Rolle als Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums. Er hat eine eigene Armee innerhalb der SS aufgebaut, die Waffen-SS. Er war zuständig für die, wenn man so will, Besiedlung des gesamten eroberten Raumes im Osten und insbesondere natürlich auch für die großen Verbrechen, für die Massentötungen, die die Nazis dann während des Krieges an Juden und an anderen begangen haben. Das Hauptproblem von Himmler ist gewesen, diese heterogene Organisation, SS, zusammenzuhalten, denn sie bestand ja aus sehr vielen unterschiedlichen Bestandteilen. Und er hat zu diesem Zweck einen ganz eigenartigen Führungsstil entwickelt und Teil dieses Führungsstils war, dass er besondere Kulte, besondere Rituale, besondere Feiern für die SS erfunden hat. Die Dinge, die uns heute besonders absurd und merkwürdig vorkommen, die aber doch eine wichtige Rolle spielten, bei seiner Politik einen inneren Zusammenhalt innerhalb der SS herzustellen. Das gehört auch zu diesem eigenartigen Führungsstil, den Himmler entwickelt hat, dass er das Privatleben seiner SS-Führer kontrolliert hat. Er hat die Auswahl der Ehefrauen kontrolliert, sie mussten besondere Gesuche stellen, Ehegesuche, und er hat dann abends oft da gesessen mit einem Stapel von Dokumenten und hat persönlich diese besonders schwierigen Fälle entschieden und hat oft auch den Bewerbern antworten lassen, dass sie nicht die richtige Wahl getroffen haben. Es gab unter den SS-Führern in der Tat eine große Anzahl akademisch Gebildeter, die glaubten, dass sie einer Avantgarde angehören würden, einer elitären Organisation, die etwas gestalten würde, was es bisher noch nicht gegeben hat. Auch diese Abwesenheit in unserem Sinne von Moral ist sozusagen etwas, was offensichtlich viele Intellektuelle angezogen hat, die einfach in einem Raum handeln wollten, der nicht durch herkömmliche Moralvorstellungen eingeengt war. Es ist sehr oft darüber spekuliert worden, ob es ein Konkurrenzverhältnis zwischen Heidrich und Himmler gegeben hat. Ich glaube das eigentlich nicht. Heidrich hat auf seine Weise, er war ein guter Organisator, auf seine Weise Himmler sehr entgegengearbeitet und Himmler wusste, dass er sich auf Heidrich verlassen konnte. Es gibt bei diesen führenden SS-Angehörigen eigentlich immer eine Auffälligkeit, wenn man sich mit ihrem Lebenslauf beschäftigt, nämlich irgendwann in den 20er Jahren oder frühen 30er Jahren gibt es da einen biografischen Bruch, eine Krise. Das gibt es bei Himmler, als er lernen musste, dass er mit seinem erlernten Beruf des Agraringenieurs keine Zukunft hatte und das gab es bei Heidrich, als er aus der Marine herausgeworfen wurde. Und beiden wurde in der SS, und das ist ganz typisch, eine Chance geboten, noch einmal eine Karriere anzufangen und eine Karriere, die auf Höhen führen sollte, die sie bisher nicht für möglich gehalten hatten. Wir wissen, dass Himmler des Öfteren zugeschaut hat bei der Ermordung von Opfern der SS. Der erste belieferte Fall stammt von Ende 1939, als er in Poznan dabei zugesehen hat, wie die SS Insassen einer Anstalt für polnische Geisteskranke in einer ersten Gaskammer ermordet hat. Er ist des Öfteren bei Exekutionen Zuschauer gewesen. Ganz offensichtlich hat er dies gemacht, um seinen Männern das Gefühl zu vermitteln, dass er als Chef der SS sozusagen diese schwere Aufgabe, wie er es genannt hat, mit ihnen teilen würde. Es gibt eine bekannte Geschichte, die ich aber für nicht zutreffend halte. Danach sei er im August 1941 regelrecht zusammengebrochen, als er bei einer Exekution von Juden zugesehen hat. Es gibt aber einen anderen Bericht von der gleichen Exekution, den ich für viel glaubwürdiger halte, von einem Offizier der Polizei, der an dieser Exekution beteiligt war. Er beschreibt nämlich, dass Himmler mit einem relativ starren Gesicht an diese Grube getreten ist, hineingedeutet hat, und den Offizier ganz kühl und ganz sachlich angewiesen hat, einige der Opfer, die noch lebten, nun endgültig zu erschießen. Er hat sich 1943 in mehreren Reden sehr offen zu der Ermordung der Juden bekannt. Er hat gesprochen von dem Ruhmesblatt in der Geschichte der SS, das niemals geschrieben werden dürfte. Die Rede ist ja auch im Original erhalten, mit seiner Originalstimme auf einer Schallplatte. Wir wissen also, dass er sich sehr offen zu diesen Dingen geäußert hat. Er hat praktisch im Herbst 1943 schon rückblickend über die Ermordung der Juden gesprochen. Also für ihn war dieses Kapitel im Grunde genommen schon abgeschlossen. Er war zu diesem Zeitpunkt gewillt, die nächsten, die noch größere Verbrechen vorzubereiten. Was ist der Grund, was er in der Geschichte der Juden hat? Wir haben bisher keinen schriftlichen Befehl Hitlers zur sogenannten Endlösung gefunden. Und es ist durchaus wahrscheinlich, dass es auch nie einen solchen schriftlichen Befehl gegeben hat, sondern dass er diesen Befehl mündlich erteilt hat. Es ist unvorstellbar, dass die Endlösung ohne die ausdrückliche Genehmigung und ohne den ausdrücklichen Befehl Hitlers durchgeführt wurde, oder weil er die Spitze des Staates bildete und weil er in allen Entscheidungen zur sogenannten Judenpolitik seit 1933 aktiv beteiligt war. Es wäre also absurd anzunehmen, dass er plötzlich 1941, 1942 das Interesse an dieser Frage verloren hätte. Unter den Historikern ist es umstritten, wann präzise die Entscheidung zur Ermordung der europäischen Juden gefällt wurde. Das liegt eben daran, dass die Dokumente im Umfeld dieser Entscheidung nur brustückhaft überliefert sind. Aber man kann davon ausgehen, dass diese Entscheidung möglicherweise in mehreren Stufen zustande kam zwischen Sommer 1941 und dem Frühsommer 1942. In dem Zeitraum vom Sommer 1941 bis zum Frühsommer 1942 wurde eigentlich über drei Fragen im Zusammenhang mit der sogenannten Endlösung entschieden. Es wurde nämlich entschieden, wo diese sogenannte Endlösung stattfinden sollte, in Polen. Es wurde entschieden, wie sie stattfinden sollte. Sie sollte durch Massenexekutionen und mit Hilfe von Gas herbeigeführt werden. Und es wurde entschieden, wann sie durchgeführt werden sollte, nämlich vor dem Ende des Krieges. Die Nationalsozialisten hatten ja auch schon vor 1941 keine Skrupel gehabt, jüdische Menschen umzubringen. Aber erst jetzt in diesem Zeitraum, Sommer 1941 bis Frühjahr 1942, haben sie diese mörderische Absicht in ein Programm umgesetzt. Das Protokoll der Wannsee-Konferenz ist eines der wenigen erhaltenen Dokumente aus diesem engeren Entscheidungsprozess. Das Protokoll der Wannsee-Konferenz ist ein Schlüsseldokument für unser Verständnis, wie es zur sogenannten Endlösung gekommen ist. Es hat ja 30 Exemplare gegeben und nur ein Exemplar ist überliefert worden in den Akten des Auswärtigen Amtes. Und es gibt uns eine Art von Momentaufnahme aus diesem Entscheidungsprozess. Es wäre falsch zu sagen, dass auf der Wannsee-Konferenz die Endlösung beschlossen wurde. Und es wäre ebenso falsch zu sagen, dass hier nur über untergeordnete technische Fragen gesprochen wurde. Nein, es wurde hier ganz offen über die Methode des Mordens gesprochen. Aber es wurden offensichtlich hier keine endgültigen Entscheidungen gefällt, sondern das war eben eine Konferenz, ein Glied in dieser Entscheidungskette, die zum Holocaust geführt hat. Die Wannsee-Konferenz war in erster Linie eine Konferenz auf Staatssekretärebene unter Beteiligung von hohen SS-Führern. Heidrich war ja der Leiter des Reichssicherheitshauptamtes, der diese Konferenz einberufen hat. Es war also eine Arbeitsebene, auf der die höchsten Spitzen des NS-Staates nicht erschienen sind. In der Tat war ja das Dritte Reich in den letzten beiden Jahren so etwas wie ein Führerstaat ohne Führer, weil Hitler kaum noch öffentlich aufgetreten ist. Und es immer mehr Goebbels zufiel, nun diese großen Reden zu halten, mit denen das Einverständnis von Volk und Führung immer wieder dokumentiert werden sollte. Himmler hatte die andere Aufgabe übernommen, nämlich in seiner Person waren nun alle Gewaltmittel des Regimes vereinigt und er war derjenige, der diesen Repressionsapparat in Deutschland, aber auch in ganz Europa höchst effizient bis zum Ende des Krieges aufrechterhielt. Dass es nicht zu einem großen Aufstand gekommen ist gegen die Nationalsozialisten, zu einem flächendeckenden Aufstand, das ist auch darauf zurückzuführen, dass Himmler diesen Repressionsapparat bis zum Schluss des Krieges so auf diese effiziente Weise unter seiner Kontrolle hatte. Was nun die letzten Monate in Himmlers Leben anbelangt, so scheint er, der immer sehr stark auf Hitler fixiert war, der seine ganze Politik auf Hitler abgestellt hat, so scheint er tatsächlich den Halt verloren zu haben. Er hat absurd erscheinende Versuche unternommen, für sich eine Rolle in Nachkriegseuropa zu erfinden. Er hat sich den westlichen Alliierten als eine Art von Polizeichef Europas angeboten, was natürlich schon angesichts der Verbrechen, für die er verantwortlich war, absurd war. Er hat so etwas versucht wie Frieden zu machen mit internationalen jüdischen Organisationen, indem er etwa einen Brief geschrieben hat, in dem er zum Ausdruck gebracht hat, dass man diese Misshelligkeiten der Vergangenheit nun hinter sich lassen sollte. Also Sie sehen, dass er im Grunde genommen eigentlich sich irrational verhält, dass er nicht mehr abschätzen kann, wie er vom Rest der Welt eingeschätzt wird. Er hat geglaubt, nachdem Hitler in Berlin isoliert war und nicht mehr handlungsfähig war, dass er berechtigt sei, selbst eine Initiative zu unternehmen und hat sich an die westlichen Alliierten gewandt, was dazu führte, dass Hitler mit ihm brach und ihm alle seine Ämter enthob. Der Standardsatz, den man nach dem Krieg in Deutschland hörte, wenn man über den Holocaust, über die Mordung der Juden, die ältere Generation befragt hat, war, davon haben wir nichts gewusst. Den Satz gibt es in verschiedenen Betonungen. Davon haben wir nichts gewusst, dann hat man aber offengelassen, was eigentlich dieses davon meint. Man hat immer betont, dass man nichts gewusst hat, aber man hat nicht bestritten, dass es nicht bestimmte Gerüchte oder bestimmte Informationen gegeben hätte. Und auch dieser Satz, wir haben nichts davon gewusst, also dieses Kollektiv, dieses Flüchten in das Kollektiv, das scheint mir auch sehr typisch zu sein. Also wir sehen in diesem Satz eine Verweigerungshaltung in der Nachkriegszeit, sich mit diesen Dingen überhaupt zu beschäftigen. Und der Satz täuscht eben darüber hinweg, dass tatsächlich sehr viele Deutsche während des Krieges sehr recht umfangreiche Informationen über die Verfolgung und über die Ermordung der Juden hatten. Zunächst mal ist es ja so, dass in der Propaganda nicht unbedingt ein Geheimnis über die Ermordung der Juden gemacht wurde. Hitler selbst hat in mehreren öffentlichen Reden wiederholt von der Vernichtung der Juden gesprochen. Und es gibt eine ganze Reihe von führenden Funktionären, die sich recht offen über die Ausrottung der Juden, wie sie gesagt haben, und in ähnlicher Weise geäußert. Man kann auch, wenn man genau die Zeitung las, konnte man zum Beispiel in der Provinzpresse 1943 Artikel finden, die eigentlich versuchten, in einen Dialog mit dem Leser über diese Gerüchte und Informationen einzutreten, die über die Ermordung der Juden in der Bevölkerung kursierten. Es gibt also tatsächlich so etwas wie eine Kommunikation über dieses Thema, das zwar etwas versteckt und etwas in einer getarnten Sprache stattfand, aber wo man deutlich erkennen kann, dass öffentlich über dieses Thema in Deutschland geredet wurde. Allerdings wurden nicht die Einzelheiten dieses Mordprozesses offengelegt. Es wurde nicht gesagt, wie die Juden ermordet wurden oder wo sie ermordet wurden, aber dass sie aus den deutschen Städten deportiert wurden, war ja schon für jedermann sichtbar. Wir haben heute sehr viele Fotos aus vielen Städten, die zeigen, wie die Juden am helllichten Tag zu diesen Sammelpunkten geführt wurden und dann deportiert wurden. Wir haben sehr viele Berichte von Eisenbahnern, die natürlich sahen, dass diese Züge vollgefropft mit Menschen an bestimmte Orte fuhren, von denen sie dann leer zurückkamen. Also alle diese Informationen waren damals vorhanden und diese Informationen wurden auch ausgetauscht. Vorher sagen, wir haben das schon eine Art Einzelnehmann, Und dann das Ganze war ja schon einiger, dass diese Züge vollgefahren war. Vielen Dank.